In Deutschland werden am Tag etwa 1500 Körperverletzungen begangen. So auch in diesem Fall. Ein Notruf aus einer betreuten Jugendwohnung erreicht die Zentrale. Ein 16-jähriges Mädchen soll in Gefahr sein. Katja Wolf und Timo Risse sind sofort unterwegs. Vor Ort wartet schon die Sozialarbeiterin. Hallo, polizei, hallo. Sie haben angerufen? Ja, ich habe angerufen. Ich bin hier und war nicht aus. Sie sind hier? Sie arbeiten hier? Ja, ich bin hier. Kim, da ist Kim drin. Diese blöde Tür nicht auf. Die Polizei ist da. Gehen Sie mal einen Schritt zurück, bitte. Bleiben Sie mal hier stehen. Wer sind Sie, bitte? Ich bin der Hausmeister. Und wer ist da drin? Da ist die Kim drin. Krieg die Tür nicht auf. Ich krieg aber die Tür nicht auf. Ich probier es. Kim? Antwortet die ganze Zeit nicht. Die Polizei ist da. Hab ich auch schon zu suchen. Was ist mit der Kim los? Ja, wir wissen es. Ist die irgendwie krank? Braucht die Medikamente? Nein, gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich war mit ihr heute zur Klausur verabredet. Und sie hat aber nicht aufgemacht. Also ich habe die ganze Zeit versucht, an sie ranzukommen. Aber ich kriege die Tür nicht auf. Du kriegst die Tür auf. Ich probier es. Wie lange ist die hier schon drin? Bestimmt eine halbe Stunde. Oh, leck. Ich gehe mal gucken, ob ich noch was drinne. Ich bin 20. Ich bin 20. Wir brauchen ja einmal ein bisschen RTB. Wir haben eine weibliche Person nicht ansprechbar verletzt. Die Beamten mutmaßen, dass die 16-Jährige Opfer eines Sexualdelikts geworden ist. Das Mädchen soll deshalb nach der Erstversorgung im Krankenhaus gynäkologisch untersucht werden. Sie sind da und der Hausmeister. Sonst ist niemand da. Ja, nein. Sonst ist niemand da. Okay. Die anderen habe ich versucht zu erreichen. Die Anna ist, habe ich zur Telefon erreicht. Sie ist offen. Warte, Kassel. Sie ist auf dem Weg. Entschuldigung. Ich muss aber dringend weg. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ja, einen Moment. Wir nehmen gerade noch ein Personalien auf und dann können Sie sofort gehen. Die Polizisten erfahren, dass die Betreuerin der Jugend-WG den Hausmeister um Hilfe gebeten hatte. Die Polizeikommissarin informiert sich über das Umfeld der Verletzten. Um Hinweis auf den Täter zu erhalten. Und wie viele Personen werden hier insgesamt betreut? Insgesamt vier Personen. Also drei Mädchen und ein Junge. Okay. Und die anderen, die aber sonst hier im Betreuten wohnen, leben, die sind jetzt aber nicht da? Nein, die sind nicht da. Okay. Also ich habe versucht anzurufen. Die Anna habe ich erreicht. Die Anna wohnt hier auch? Ja. Und die Anna hat irgendwie einen persönlichen Bezug zu der Kim oder schwierig? Sie sind Freunde. Also Kim hat sich nie irgendwas... Was ist mit den Eltern von der Kim? Ich sage mal so, sie war mal persönlich. Also wir sind hier im Betreuten wohnen. Also das bedeutet, dass wir hier Teenagern helfen. Ich bin wie so eine Ersatzmama für sie. Ja, also zu den Eltern besteht kein Kontakt. Nein, nicht mehr. Also wir sind sozusagen schon in dem Bereich drin, dass persönliche Diskrepanzen gab, beziehungsweise Familiendramen oder halt Jugendliche werden ja hier aufgenommen und wir helfen ihnen. Okay. Wollte mit ihr, wir waren eigentlich verabreitet für Klausur lernen. Gibt es ja Probleme innerhalb der Einrichtung irgendwie, unter den Mädchen vielleicht? Nein, gar nicht. Streitigkeiten mit dem Jungen unter den Mädchen? Das Handy das Einzige war, dass er vor kurzem, also sie hat eine Trennung hinter sich mit dem Felix. Und der hat... Der Felix wohnt auch hier, oder ist das... Der Felix wohnt auch hier, ja. Er hat ihr nach der Trennung halt ein paar Streiche gespielt. Wir haben hier das Handy der Betreuerin bekommen. Darauf ist halt ganz klar zu sehen, die verletzte Person, die hat im Vorfeld schon mal bei der Beziehungstat mit ihrem Freund halt einen Streich gespielt bekommen, was wir momentan halt nicht mehr als Streich bezeichnen können, weil das ist ganz klar eine Körperverletzung. Wenn man halt irgendwelche Substanzen in Cremes einmischt und dann dadurch halt Ausschlag entsteht, ist ganz klar eine Körperverletzung. Wir probieren Sie am besten nochmal anzurufen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen von den Mädchen ran. Ich probiere nochmal anzurufen. Also es klingelt. Es klingelt in der Küche, glaube ich. Ich guck mal. In der Küche? Oder irgendwo. Hier klingelt doch irgendwas. Hier. Saskia Mischke. Handy hier vergessen. Aber das passiert öfters mal. Also sie hat eine Arbeitsstelle erst vor kurzem bekommen. Und sie lässt sie es immer mal ein bisschen unzuverlässig. Was denn? Das Handy von ihr liegt da, wo du gerade angerufen hast. Sie lässt es öfters mal liegen. Aber sie ist absolut, da ist nix. Also sie lässt das halt einfach mal ein bisschen liegen. Die Beamten haben keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür gefunden. Der Verdacht liegt für sie daher nahe, dass einer der Mitbewohner die Tat verübt hat. Die Polizisten wollen die anderen WG-Mitglieder befragen. Eine Mitbewohnerin kommt gerade nach Hause. Wir haben ihre beste Freundin verletzt in der Badewanne vorgefunden. Die war auch gefesselt. So, jetzt ist die Frage... Ja, das wüssten wir auch gerne. Können Sie da irgendwie sich das erklären, irgendwie sich einen Reim drauf machen? Gibt es irgendjemanden, mit dem die Anna, äh nicht die Anna, die Kim Theater hatte oder irgendwas? Eigentlich gar nicht so. Sie hatte mal einen Ex-Freund, der wohl auch hier. Der Felix. Ja, genau. Ja gut. Aber freuen Sie dem sowas zu? Nein, überhaupt nicht. Sowas überhaupt nicht. Also noch nie irgendwas mit Gewalttätigkeiten vorgekommen zwischen den beiden? Gar nicht. Oder in den letzten Tagen irgendwie Besuch gehabt? Irgendwie komische Leute oder so? Für Katja Wolf und Timo Risse hat der Ex-Freund aber bisher als einziger ein Motiv für die Tat. Streit nach der Trennung. Was ist mir los? Was willst du? Lass mich in die Uhr. Was soll der Scheiß? Hallo. Lass uns mal rein. Was ist da gar nichts passiert? Nein, nein, das ist nix. Nein. Es ist nix. Hallo. Gehen Sie am Ende? Nein. Es ist nix. Was sollen Sie von mir? Bitte. Kommt Sie einfach mal rein. Was ist hier los? Ja, das wollen wir Ihnen ja erklären. Lass uns in Ruhe. Nein. Lass uns in Ruhe. Was ist denn hier los? Felix. Was soll der Scheiß? Ruhig bleiben. Was ist denn hier für eine Aktion jetzt? Wir stellen hier ein paar Fragen, dann flippt man hier aus. Was für einen Grund hat man denn hier so auszuweigen? Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen beruhigen und uns unterhalten, geht das? Kriegen wir das hin ohne Fesseln? Gut. Die Einsatzkräfte ermitteln, dass der junge Mann sich aus Furcht widersetzt hat. Er befürchtete, wegen eines Regelverstoßes aus der Jugend-WG zu fliegen. Die Beamten misstrauen ihm jedoch, denn er hat kein Alibi. Sie sind der Ex-Freund von der Kim, ist das richtig? Für die Stürmer. So, und gibt's da irgendwie noch Theater? Haben Sie irgendwie noch irgendwie... Wie? Was ist denn mit der Kim überhaupt los? Die Kim ist verletzt hier aufgefunden worden. Und wir versuchen herauszufinden... Aber da soll ich was mit zu tun haben? Wenn Sie mir zuhören würden, dann müssten Sie auch, worauf ich hinaus will. Wir versuchen herauszufinden, was da passiert ist und wer damit im Zusammenhang steht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war die ganze Zeit in der Werkstatt. Es geht nicht darum, ob Sie da was mit zu tun haben, sondern ob Sie sich das irgendwie erklären können. Ich habe keine Ahnung. Haben Sie noch Kontakt zu der Kim? Ich hatte mich vor ein paar Wochen mit Kim getrennt und ehrlich gesagt... Ja, es gab diesen Streich mit der Bräunungscreme und im Nachhinein hat sie ein Bild gepostet und ja, es tat mir auch leid. Und damit war das Ding auch für mich gegessen. Ich musste das ja irgendwie verarbeiten, aber ich würde Kim niemals sowas antun. Und was gehen Ihnen denn jetzt gerade aus? Also, so wie es hier aussieht, wir haben jetzt hier die Wohngruppe. Hier sind vier Personen, die hier betreut wohnen. Die Kim lag jetzt verletzt und gefesselt in der Badewanne. Sie war auch zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. So wie es im Moment aussieht, gehen wir erstmal von einer Beziehungstat aus. Aber wie das Ganze natürlich jetzt hier im Zusammenhang steht, wie die Verhältnisse sind, das versuchen wir jetzt erstmal zu ermitteln. Noch finden die Beamten keinen Anhaltspunkt für die Tat. Laut Krankenhaus hat das Opfer eine Gehirnerschütterung, aber es ist nicht sexuell genötigt worden. Die Kripo kommt hinzu. Bei der Befragung ergibt sich ein weiterer Verdächtiger und Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat. Schlüsselgewalt von der Wohnung. Haben nur Sie vier, die hier drin wohnen und Sie fünf? Also nur fünf haben Schlüsselgewalt? Ja, fünf. Also die Lara, die hat hier Handy liegen lassen, aber ich habe sie heute noch gar nicht gesehen. Wollte Ihnen nur sagen, dann muss jemand diese sechste Person hier reingelassen haben. Das heißt, muss jemand ihn kennen. Ansonsten würde man ja, wer der ja müsste ja illegal die Schlüssel besorgt haben. Haben Sie Freunde hier gehabt? Hat sie neun Freund? Das ist, ich bin nicht, ich bin nicht, ich habe einen Schlüssel, sagst du. Ich schaue nochmal eben hier, ob der Hausmeister noch da ist. Ja. Der ist gerade irgendwie hoppla hopp nämlich abgehauen, beziehungsweise haben wir ihn entlassen, er ist nicht abgehauen. Also er ist nur da, wenn ich so zwei da bin. Das wäre jetzt der Einzige, ja, aber der hat ja nochmal auch die Schlüssel und alles. Wollte ich ja sagen, der muss auch einen Schlüssel haben. Vielleicht hat der auch irgendwen hier beobachtet, wir fragen. Ja, genau. Schauen wir, ob ich ihn nochmal antropiere. Ich glaube, ich gehe mich nochmal ein bisschen umgucken da im Bad, ist das recht? Ihr habt ja sicherlich auch schon mal ein bisschen geguckt, aber irgendwas stimmt ja hier nicht. Im Badezimmer habe ich dann unter anderem diesen Duschkopf, der ordnungsgemäß angebracht war, mir mal angeschaut, der ja durchaus möglicherweise geeignet ist. Sie haben damit durchschlagen auf den Kopf oder wohl noch immer ordentliche Verletzungen zuzufügen. Blutspuren waren nicht dran, von daher ist er eigentlich raus. Aber bei näherem Hinsehen fiel mir dann auf, dass da, wo für gewöhnlich in der Mitte Wasser rauskommt, kein Wasser mehr rauskommt, sondern scheinbar daran herummanipuliert wurde. Ferner hat der Duschkopf hier oben leichte, ja, ich sag mal Kratzspuren. Das heißt, da war irgendjemand bei und hat scheinbar dieses Ding umgebaut, für welche Zwecke auch immer. Auch das ist das Handy von der, die fehlt? Ja, genau, das ist das Handy, was da liegen gelassen worden ist. Was ist das denn? Hä? Klaus? Wobei die Küche? Hier, wo ich bin. Auch was drin ist das? Das ist, aber gucken wir, was ist das denn da? Wer schmeißt da eine kleine Micro-SD-Karte neben seinen Mülleimer? Weißt du, wie das aussieht? So eine Halterung für irgendetwas. Eine Halterung? Eine Kamera? Braucht ihr den Computer zum Auslesen? Hast du den auch im Auto? Huch mal rauf, huch mal rauf, bitte. Huch mal rauf. Das wird ja immer lustiger hier. Linus Haie und Klaus Schäfer vermuten, dass im manipulierten Duschkopf eine Minikamera eingebaut war. Vermutlich wurden die Mädchen bespannt. Auf dem Chip ist ein Video gespeichert. Dies zeigt, dass es möglicherweise noch ein zweites Opfer gibt. Wer ist das? Ist das die Kim? Ist das die, ist das die? Das ist die Kim, ja. Was war das? Das war noch eine dritte Person, oder? Oh, okay. Das ist ein Vorschlaghammer gewesen. Noch mal zurück. Beim Betrachten des Videos haben wir Standbilder genommen, weil wir uns sicher sehen wollten, was das für eine Person war, die da im Bild zu sehen war. Es war auf jeden Fall ein männlicher Arm mit einem Hammer und einer grauen Jacke an. Die Betreuerin hat dann gesagt, diese Jacke kommt ihr so bekannt vor, weil diese Jacke hat der Hausmeister schon häufiger angehabt. Wo ist dann Lara? Er zieht sie raus, siehst du? Ja, ja, die geht nicht freiwillig. Also, die geht nicht freiwillig. Wenn die Freunde zusammen wohnen, dann haut sie ja nicht ab, wenn ihre Freundin da liegt. Eben. Man sieht ja, dass die rausgezogen wird gegen ihren Bild. Also, ich würde sagen, wir müssen den Hausmeister finden. Wo hat er sein Büro oder wie wohnt der? Wissen Sie das? Also, ich bin gerade einmal durchs ganze Haus, der ist nicht mehr da. Er hat keinen festen Wohnsitz. Das Problem ist, er wohnt im Wohnwagen. Aber ich weiß, wo... Er wohnt im Wohnwagen? Ja. Wo ist der Wohnwagen? Ich kann ihn keine Adresse nennen, aber ich weiß, wo er steht. Wissen Sie denn, wie man da hinkommt? Ich weiß, wo er steht, ja. Dann würden wir Sie gleich mitnehmen, dann zeigen Sie uns das. Lauf, Stefan. Wollen wir da mal hin? Wir fahren da mal hin. Das können wir ja nicht sagen. Wir wissen im Moment genauso viel wie Sie. Würden Sie uns mal begleiten, damit Sie uns zeigen, wo der Wohnwagen ist? Ja, hier nichts bleibt stehen. Bleibt ihr so lange hier bis Spusi und so weiter? Ja, ich glaube, ja. Ja. Die Kommissare vermuten, dass der Hausmeister der fehlenden Mitbewohnerin etwas zu tun hat. was antut. Schließlich ist sie Zeugin seines Verbrechens. Aufgrund der Kamera im Duschkopf folgern die Ermittler, dass der Täter zu sexueller Gewalt neigen könnte. Den werden wir anhalten. Der dreht und wendet. 23, 13 von 32, 16. Fahrzeug, ein Karawan mit Hänger wendet in die Stadt. Wir kommen nicht dran vorbei. Er findet Schlangenlinie. Macht die Straße bitte vorne dicht. Gar nicht. Mann. Ist der betrunken? Mal sehen, was ihm jetzt anfällt. Scheiße. Sie steigen nicht aus. Sicherst du? Ja. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm. 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 Komm raus. Komm hoch. Komm hoch. Wo ist das Mädchen? Was für ein Mädchen? Wo ist das Mädchen? Was für ein Mädchen, ey? Obwohl der Hausmeister sich ahnungslos gibt, sind die Kommissare sicher, den Täter zu haben und damit auch das vermisste Mädchen. Aber, da die Polizisten keine Stimme oder Geräusche aus dem Inneren des Wohnwagens vernehmen, befürchten sie das Schlimmste. Gehst du rein? Oh, Scheiße. Ah, komm. Ruf mal RTW. Ja, ja. Hallo, können Sie uns hören? Wir sind in der 3. Leitzentrale von 3216. Lara, hörst du uns? Die Polizei ist da. Ja, wir brauchen jetzt unseren Einsatzort brauchen wir RTW, NRW, Personen nicht ansprechbar drin, gefesselt. Der Fahrer von dem Caravan festgenommen, dem 1323 übergeben und noch ein Streifenwagen zur Verstärkung hier für den Unfall. Katja Wolf gelingt es, die 16-Jährige zu Bewusstsein zu bringen. Die Hämatome am Körper der jungen Frau lassen für die Polizisten nur einen Rückschluss zu. Auch sie wurde von dem Hausmeister tätlich angegriffen. Ob er sie sexuell bedrängte, müssen die Kripo-Beamten vorsichtig erfragen. Die vermisste Person, Lara, ist im Wohnwagen angetroffen worden und ist ansprechbar, aber wir brauchen trotzdem nach die Wege. Eine Kamera in der Dusche, ne? Und dann haben wir den Hausmeister rufen und der hat mir mal früher einfach nach dem Ahnen auf den Kopf gehauen und dann lag die da auf dem Boden und dann... Lara, Lara, oh Gott, Lara. Die Kommissare wissen, wie wichtig eine emotionale Stütze für Gewaltopfer ist. Dennoch müssen sie ermitteln, was der Täter der jungen Frau angetan hat. Dann hat der Hausmeister was gemacht? Sie mit dich mitgenommen? Er hat mich mitgenommen und hat mich geschlagen und ich hier in dem Wohnwagen gefesselt. Ja, okay. Hat er was gewollt, hat er irgendwas gesagt, warum er das gemacht hat? Ich verstehe das auch nicht. Der war so irgendwie alleine, keine Ahnung, einsam und hat da überall Bilder von uns drin. Ob man dieses Verhalten, ein junges Mädchen, ich sag mal, zu entführen oder der Freiheit zu berauben, dann in so einem kleinen, engen Wohnwagen durch die Gegend fährt, gefesselt, geknebelt, diese ganzen Fotos da drin, die Enge. Ob das nun der typische Sexualtäter ist, müssen wir noch mal sehen. Es gibt da ein sehr breites Feld, wie Sexualtäter vorgehen. Die unterscheiden sich teilweise erheblich. Ob er nun wirklich hier eine sexuelle Neigung ausleben wollte oder aber ganz andere Dinge mit ihr vorhatte. Ob er das überhaupt wusste, was er da vorhatte, da bin ich mir noch nicht so ganz von überzeugt. Das wird er uns hoffentlich an der Wache in der nun folgenden Vernehmung demnächst erzählen. Ich wollte die nicht verletzen. Und Sie wollten die auch nicht mit Videokamera in der Duschbrause filmen? Doch, doch, das wollte ich. Aber ich wollte sie nicht verletzen. Die beiden Bewohnerinnen hatten die Kamera im Duschkopf entdeckt und den Hausmeister um Hilfe gebeten. Im Affekt schlug der Täter zu und entführte die Zeugin, aus Angst von ihr verraten zu werden. Ihn erwartet eine Haftstrafe. Die Freundinnen erholen sich.